Eine Hand hält die Linse, die andere Hand operiert. Bei Mix-Operationen hätten Sie gerne Arme wie ein Oktopus? Die brauchen Sie gar nicht, denn mit dem neuen GONIO Ready von Oculus haben Sie beide Hände frei und sind trotzdem flexibel. Das funktioniert so. Mit dem GONIO Ready ist die GONIO Linse direkt am Mikroskop befestigt. Das GONIO Ready wird einfach vor der OP an den Adapter aufgesteckt. So brauchen Sie die GONIO Linse nicht mehr mit einer Hand auf dem Auge halten. Sie können mit beiden Händen operieren und die Linse bleibt stabil und konsistent positioniert. Das GONIO Ready können Sie bei Bedarf leicht aus dem Sichtfeld aus- und wieder einschwenken. Mit dem Fußpedal des Mikroskops können Sie das GONIO Ready in XY-Richtung bewegen und für kleinste Veränderungen mit der Hand direkt am Flex-System positionieren. GONIO Ready ist als Einwegprodukt für jede Operation neu und steril und damit optisch einwandfrei. Das reduziert das Risiko von Infektionen und Sie sparen sich Sterilisationszeiten. Durch den sehr kleinen Durchmesser der Linse haben Sie komfortablen Zugang zu den Inzessionen und Ports, aber trotzdem erhöhtes peripheres Sehen. Da die Linse durch die Fixierung am Mikroskop und das Flex-System kaum Gewicht auf das Auge überträgt, ist das Risiko für Bildverzerrungen minimiert. Durch den geringen Druck schonen Sie auch das Auge und schaffen mehr Sicherheit für Sie selbst und Ihre Patienten. Das GONIO Ready ermöglicht also die präzise Ausführung von Mix-Operationen oder jeder anderen OP, für die Sie eine GONIO-Linse einsetzen. Mit zwei Händen, ganz ohne Oktopus. Mit zwei Händen, ganz ohne Oktopus.